Ministerpräsident Stanislav Tillich besuchte am Mittwoch die Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule in Nahrt. Landesbranddirektor René Kraus stellte zuerst in einer Kleineinführung die Schule in allen Einzelheiten vor, bevor es danach zu einem Rundgang über das gesamte Gelände zu den verschiedenen Ausbildungsstationen ging. Besonders begutachtet wurden der Fahrsimulator, an dem sich Tillich auch selbst mal probierte, und die Übungsautos. Untertitelung des ZDF für funk, 2017